...in Begleitung. Wie auch Marianne Koch. Hildegard Knef begrüßt ihre Fans. Heinz Rühmann und Hertha Feiler. Sie alle genießen den Gang über den roten Teppich. Viku Toriani kümmert sich ganz besonders um seine Verehrerinnen. Dort verfolgen die Gäste aus dem In- und Ausland die Eröffnungsrede Otto Suers. Es ist einer seiner letzten öffentlichen Auftritte vor seinem Tod. Man tritt Otto Suer sicherlich nicht zu nah. Wenn man sagt, dass er ähnlich wie Franz Neumann eben doch eher eine Lokalgröße war. Rühmicket brauchen oder auch Rühm�를 vor der Folge sich nicht zu favorites.